Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Minecraft Skywars, das Ganze auf den gomma-hd-punkten-netzwerber und zusammen mit den Creep Bastion. Hallo, und ich hab mein Kit Tank nicht ausgewählt und hab's trotzdem. Ja, das ist, wenn du kein Kit auswählst, dann wird dir automatisch ein zugeteilt, also hattest du wohl recht Glück. 50-50. Hast du eine Hose und oder Dias? Ja, eine Hose. Dias? Für Dias-Schwerte? Nee. Ah, schade. Jetzt haben wir zwei Werkbänke. Sticks hab ich, aber das bringt nicht viel. Ja, die hab ich auch. Ach, warte mal, wir können uns ja Dias farmen. Stimmt. Oder beziehungsweise ich farme mal schnell welche. Hast du die beiden Kisten hier gelootet? Da unten sind zwei. Boah, mir war so. Hier ist doch nur eins. Ja, stimmt, hier ist nur einer. Ach, das ist die Karte. Ah, okay. Ähm, nach oben. Wir müssen gucken, ob jemand kommt. Ich hab kein Schwert, ich sag's mal so. Ja, ich bin schon bei... Bitte nicht schlagen. Äh, eins für dich und eins für mich. Ich hätte dir sonst auch noch ein schärfer 2 Holzschwert geben können. Ja, das ist ja fast so gut, ne? Ach, warte mal ganz kurz, ich hab noch mal ganz kurz was. Da ist noch ne Küste. Ja, ich weiß nicht, wo die war. Hier, oben. Ähm, also Eisenhelm hast du ja schon selbst. Ja, ich hab... Ich brauch noch eine bessere Brustplatte. Aber ich fang mal an, uns jetzt hier rüber zu bauen. Oder was sagst du? Ja. Ich denke, das kann man machen. Ich denke, das können wir so machen. Ich setz dich immer einen Kuchen hin. Ja, passt doch auf. Also falls die... Ja, da baut sich auch gerade einer zu der Insel. Aber bau weiter. Ich dachte, die gucken deswegen. Ich weiß gar nicht. Die sind unten drin. Achtung, Achtung, Achtung. Weg, weg, weg. Gut, das kam ein bisschen spät. Aber ist egal. Vorher war der ein bisschen getarnt. So, da sind wir in der nächsten Runde. Ach, wieder die Karte. Das ist schön. Du weißt, wo die andere Küste ist da hinten? Ach, gespiegelt. Ich hab mich gerade ein bisschen gewundert. Ähm, hast du die Küste hier unten jetzt schon mitgenommen? Nee, hab ich nicht. Ich hab übrigens ne Enderperle, aber der bringt nichts ohne... Schwert. Ja, warte, nimm erstmal das hier. Aber ich mach uns auch eh gleich Dias später. Ich mach nur noch ein paar Dias. Ich geh schon mal hoch und... ...halte schon mal Wache. Man muss präsent sein. Ich komme. Ähm, du hast alle Rüstungskette, ja? Okay, gut. Ähm... Wer kommt steht schon? Ähm... Achtung, Feuerkugeln scheinen rumzubacken. Ich merk schon. Hier, da. Ah! Ei, 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 die bangen ja. Alter, was packen die denn so rum? Hast du das Schwert... Alter! Ich hab dir ein Schwert irgendwo hingebrochen, oder? Ich hab's. Gut. Äh, äh, hä? Blöcke, du musst diesmal bauen. Ich habe kaum was. Äh... Ich würd mir ganz gerne noch kurz ne Angel bauen, wenn du zerbinden hast. Viel hab ich auch nicht, aber gut. Ähm, ich wette, der hat doch noch was drin, oder? Ich weiß es nicht. Ich baue mich mal ein bisschen daneben. Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay. Dann mach ich weiter. Alter, der... Ach, ich soll grad sagen. Der baut dich hoch. Der baut dich auch hoch. Ja. Ich baue mich mal so richtig hoch. Nice. Kannst dich hochbauen? Ja, ich hab ein paar Blöcke jetzt so. Und Sprung. Ist er noch da an der Insel? Ja, in seiner Insel. Ganz, ganz blöde Idee. Uh. Oh Gott. Ich hab auch nicht mehr viel. Du hast alles bekommen. Ähm, warte. Soll ich uns heilen? Ja. Ah, da ist ja jemand! Mist. Jetzt hab ich die Heilung nicht bekommen. Ich hab den, glaub ich, geheilt. Oh! Bist tot? Nein! Weißt du nicht? Aber Alter! Ja, ihr fragt mich nicht, wie! Was war das? Ich bin durch... Was? Jetzt stimmt dir der Nächste. Was ist denn los? Alter, die sterben alle von meiner Nase. Und geben mir Rüstung. Geil! Alles klar. Was ist denn das da für ein Geräusch bei dir im Hintergrund? Da öffnet sich gerade mein Fenster. Ich nehme an... Ach, übrigens, da spektatet uns Kutex. Ah. Ah. Aber Alter, was war das denn gerade Verrücktes? Keine Ahnung, ey. Vor allem, ich wollte uns gerade heilen, dann auf einmal ist der der Zweite, der hat sich wahrscheinlich rübergeworfen. Ja, 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 der hat ja Enderperlen. Damit hat er sich gerettet. Dann hing er da, ich hab ihn runtergeboxt, dann hing er da nochmal. Dann hab ich ihn richtig getötet. Und dann war ich gerade am Equippen, war fertig und dann kam einer vom Baum gesprungen. Und der war direkt tot, weil er kaum Rüstung anhatte. Ja. Und der hatte aber einen Diahelm für mich. Also, ne, einen geschenkten Gaul. Ja, ich war ein Gaul. Aber Alter, ich war ja immer richtig verrückt. Aber wow, das hat ja funktioniert. Spektatest du mich gerade? Ja. Kannst du mir sagen, wo die Gegner sind? Also, wo Kutex ist, weiß ich, direkt über dir. Einer ist in der Mitte. Zwei bauen sich gerade irgendwo lang. Okay. Da hinten ist nochmal einer. Bei dir in der Nähe ist keiner. Keiner. Nee. Da ist das gut. Wie weit sind die denn ungefähr entfernt von dir? Pst, ziemlich weit. Das sind zwei leere Inseln hast du vor dir. Du siehst die, die bauen sich da gerade rüber, auf einer Crafting-Table-Brücke. Ach ja, da, ich seh sie. Du hast nicht zufällig eine Enderperle eingesammelt. Nee, der hatte aber Enderperlen und die sind aber runtergefallen. Ja, ich hatte auch eine. Schade. Aber die ist wahrscheinlich auch runtergefallen. Ja, das mag sein. Oder er hatte die dann wahrscheinlich gestackt. Ja, stimmt. Oh, du kannst hier echt MLG-mäßig. Ja, das ist doch das Einzige, was ich kann. Okay, warte, 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 warte. Warte. Eigentlich muss man ja nur die Rechtsklick-Taste auf Spam. Das war vielleicht nicht so gut, jetzt habe ich ein Team gegen mich. Kann doch nicht sein. Das sind doch nur Zweierteams. Wie viel? Oder? Hä? Da ist doch ein Team. Da ist doch ein Team da, oder nicht? Ach so. Ne, weiß ich nicht. Ja doch. Stimmt, sieht so aus. Sind die manchmal im gleichen Clan? Ne. Hm. Ein bisschen witzig sind die auch nicht im gleichen Team. Ne. Der eine ist weg. Warte, 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 warte. Ne, den krieg ich nicht. Wo ist der eine hin? Der eine ist gestorben. Einfach so? Ja. Geläftet wahrscheinlich. Einer ist jetzt in der Mitte. Und der andere ist da hinten auf. Ja, der ist wirklich geläftet. Hier liegen die Sachen von ihm. Geil. Hammer. Equipment. Äh, die Diabos-Platte. Moment. Ja. Ja, ja, ja. Das ist. Genau. So, Leute. Da zieht noch eine schöne Runde aus. Da zieht noch eine sehr schöne Runde aus. Da oben hockt nur einer. Da hinten hockt der andere. Gut, pass auf, pass auf. Erstmal den hier nochmal. Ich hasse es. Oh, Jans. Ihr sneakt hier um eine Ecke gehen. Denn ich sterbe immer durch die dümmsten Sachen. Okay. Wie weit ist eigentlich die Aufnahme? Äh. 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 Weiß ich gerade nicht. Warum ist hier Leuchtfeuer und kein... Uncharting-Table? Keine Ahnung. Scheiße. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt hier ein Enchanting-Table sehe. Ähm. Wo ist der Maid, der da oben ist? Die anderen beiden... Warte, sind die in einem Team? Der eine steht da so sehr ruhig. Die stehen sehr dicht zusammen. Okay, warte mal. Oder nee. Nee, es scheint doch auf sie gegen... Der andere ist dahinter in Spinnenweben. Na. Aha. Wollen wir den kriegen wir doch klar. Oh. Nice. Ja, der hatte nur mit einem Rückstoßschwert... Äh, mit einem Rückstoßknüppel da. Ähm. Sag mir bitte, wenn er kommt. Ja, der steht da gerade so sehr ruhig. Jetzt schmeißt er irgendwas weg. Hallo. Ich würde mich jetzt ungern mit TNT rüberwerfen. Rüberwerfen mit TNT? Bin nochmal kurz weg. Ich sollte mich nicht muten, wenn ich das sage. Passt auf, Leute. Ich mache jetzt einen Trick. Passt auf. So, jetzt bin ich wieder da. Hat sich nichts verändert hier. Nee, noch nicht wirklich. Showdown. Ja, der steht im Spinnennetz. Ja, der hat natürlich den mega krassen Vorteil. Aber. Hi. Schluck das! Aua! Er hat aber auch Schaden gekriegt, so wie das aussah. Den töte ich jetzt so. Ich habe 206, aber ich töte ihn so. Zumindest, dann schwäche ich ihn an. Du musst mir sagen, wenn er einen Heiltrank oder so nimmt. Ja, wenn ich das sehe. Ich kann ja nicht ganz nah ran, aber... Oh, wieder ein Spinnnetz. Ja, es ist ein Stockwerk tiefer gegangen. Und nochmal wieder ein Spinnnetz. Ey, das ist... Vielleicht ist die Taktik gar nicht so schlecht. Ich habe damit ein guter Gefühl. Hast du noch einen TNT? Nein, natürlich. Oh, jetzt fängt er weg. Ach, wie schade. Spinnnetz darfst nicht zufällig, oder? Doch, doch. Könntest du ja runterspringen und dich auffangen. Ja, das denke ich nicht, dass ich das kann. Das ist auch nicht anders als Wasser, oder? Ja, doch, Wasser habe ich. Ja, gut, mit Wasser geht es dann ja auch. Jetzt habe ich kein TNT mehr. Oh, er hat Schaden gekriegt, das habe ich gehört. Ja, nur, er hat natürlich jetzt den krassen Vorteil, dass er den Lowground hat. Und ich will jetzt nicht so einen krassen Fallschaden riskieren. Ja, warte mal. Wir packen jetzt mal die Hex aus. Er hat auf jeden Fall... Er hat das schwer. Äh, ja. Nein. Unfair. Hex. Ja, das ist gegen Serlan. Wenn du Lava hättest. LOL. Was? Ich meine... Alles klar. Nein, der gewinnt noch. Nein! Was? Was? Alter, der hatte doch... Zweieinhalb Herzen. Scheiße, aber GG. Das war gut gemacht von ihm. Also, ja. Gut. Je weiter ist die Aufnahme, kannst du mal kurz nachgucken. Oh, das passt so, das geht schon. Ich schneide da was zusammen und dann... Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schaut bei Crete Pass schon vorbei. Da haben wir jetzt auch schon, naja, eine schöne Menge aufgenommen. Und abonniert uns beide, damit ihr weiterhin kein Video verpasst. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.